Yo Leute, willkommen auf meinem Kanal. Wie ihr sehen könnt, befinde ich mich mal wieder auf Cisco Hype und ja, meine Abwesenheit war natürlich jetzt schon etwas länger her, ungefähr einen Monat. Das liegt daran, dass mein Aufnahmeprogramm die letzten Tage oder halt den Monat, wie gesagt, einen Monat offline, nicht funktioniert hat, deswegen konnte ich keine Videos machen. Dann war ein bisschen blöd, mir sind schon voll viele Ideen eingefallen, was ich machen könnte, aber konnte man nichts machen, weil ich habe zwei Aufnahmeprogramme, also sagen wir mal Open Broadcaster Software, einmal habe ich noch OBS Studio gehabt und da hat es nicht so gescheit geklappt, dann ging das hier, mit dem ich jetzt aufnehme, auch nicht so richtig, aber habe ich alles in meinen Ideen installiert und wieder alles installiert, denn jetzt geht es natürlich und jetzt kommt natürlich Grün. Das finde ich natürlich sehr schön und ja, wie gesagt, wir befinden uns auf Cisco Hype, wir gammeln mal wieder ein bisschen, haben 1,40 Euro, Grün K natürlich, ich bezweifle, dass Double Green, äh Double Green, okay, Double Green kommt, aber ich tue es. 100 Coins geben wir auf Rot und, ähm, oh shit, Alter, ich warte jetzt knapp, Alter. Leute, warum bin ich so viel, hä, Leute, kann man natürlich mal machen, aber easy, na gut. Also, ja, und ich hoffe, ja, es passiert nicht mehr, dass mein Aufnahmeprogramm nicht mehr funktioniert, aber, ich mache alles für euch, Leute. Und, ich bin noch kurz vor den 700 Abonnenten, Leute, nur ein paar Stück fehlen mir. Ihr könnt mich ja abonnieren, dann habe ich auch bald die, lol, die, 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 oh fuck, Alter. Die 700 voll, Leute, dann bin ich richtig hyped. Und dann kommt, ab 1000 Abonnenten kommt auch ein richtig geiles Giveaway auf meinen Kanal, also abonniert mich auf jeden Fall. Und was sollen wir tun? Ich glaube, ich würde, oh nein, es dauert viel zu lange. Wir gehen 500 Coins auf schwarz und es kommt schwarz, Leute. Und ja, Leute, ich bin noch etwas erkältet. Ich habe die letzten Tage, oh, ich weiß, es geht ja weiter, Ultrasch, warum gehe ich so viel, ich habe nicht auf Clear gemacht. Den letzten Tag habe ich Ultraschnupfen und so alles Mögliche gehabt, also, lol, Schnupfen und Husten und alles. Ich lag übelst krank im Bett und, naja, kann man nichts machen. Kann mal passieren. Und wir gehen, hat man meine Stimme auch, auf jeden Fall. Lol, ich konnte nicht auf den gehen. Also, ich hoffe, es geht mir bald wieder besser, dann kann ich, ja, bessere Videos machen. Na gut, der Countdown geht für mich viel zu schnell. Da kommt man gar nicht, da blickt man gar nicht durch, guck mal, ich bin gar nicht auf Grün gekommen, aber es kommt immer hin und wir haben schon, wir haben schon 2,50 Euro von 1.400 und wir gehen mal auf Crash, Leute. Das ist ein guter Zeitpunkt, um reinzugehen. Wir gehen mit 500 Coins rein und Auto-Rift-Draw machen wir mal auf 2. Ne, wir machen auf 3, weil das ist mir ein bisschen risky, falls es doch dann über 2 geht. Also, wir gehen rein mit 500 Coins, wir haben ja genug, wir sind ja YouTube-Millionär, naja, mehr oder weniger. Gesponsert werde ich leider auch noch nicht, muss man mal so dran erwähnen. Auch noch mal, wir sind ja schon drin, gar nicht bemerkt, aber wir bleiben schon bis 3 drin, oder? Verlieren können wir eh nichts, das Geld eh damals nur mit Dingen ergambelt oder wie sagt man dazu, ich weiß gar nicht. Aber das sind Free Coins, man denkt, ich bezahle echtes Geld und wir haben das. Uiuiuiuiuiui, 3500 haben wir, easy peasy, können wir irgendwie Jackpot reingehen, damit müssen wir mit echten Skins rein. Hier, auch mit echten Skins, glaube ich, genau. Market wollen wir nix, da gehen wir hier weiter. Wir gehen jetzt mal gemütlich mit 500 Coins auf schwarz, jeden Moment, wenn es fertig gerollt hat. Und, kann ich auf grün, ja, dauert etwas, aber ich bin auf grün und ich hoffe, es kommt grün oder schwarz. Dann habe ich mal schon richtig heftig money gemacht, das doppelt habe ich dann, und wir haben Leute, was kann man, was will man mehr? Ich werde hier bald die 5 Euro, die Posten, damit ich mein, keiner andere meine, das irgendwer abholen kann. Wir believen in Dingen und wir, das dauert viel zu lang, das müssen sie mir nochmal ein bisschen fixen, aber wir haben es wieder, Leute, wir haben es wieder. Leute, wir haben 4 fucking Euro aus 1,40 Euro gemacht. Also mit mehr Profit kann man noch nicht rausgehen, oder? Aber wir gehen jetzt mit 500 Coins da drauf. Es dauert viel zu lang, Leute, man hat keine Chance, aber wir haben wieder Profit gemacht. Leute, das ist, Leute, ich kann das nicht verstehen, warum wir da, wir machen jetzt ein bisschen, naja. Machen wir mal ein bisschen, so Hälfte, Hälfte, also damit wir keinen Verlust machen, oder es kommt halt schwarz, natürlich. Oder die 5 kommen, so Leute, es kann doch nicht wahr sein, dass wir hier nur Profit machen, Leute. Ich habe noch nie, ohne Scheiß, so viel Profit in einem Video gemacht. Die 5 Euro, ich deposte die wirklich, Alter. Dann kann ich mir eine A-Count oder so, aber das wäre zu schön gewesen. Na gut, haben wir mal 500 Coins verloren, Leute, aber wir machen High Roller, Liga. 1000 Coins da drauf. 1000 Coins auf den Nacken. 200 da drauf. Auf unseren Nacken, 200, äh, 1000 Coins und... Mate, es kommt wirklich das... Alter. Alter, Mate, alter, 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 alter. 4.980 Coins haben wir schon. Wir belieben. In schwarz, was war das gerade? Bin ich drin? Klar bin ich drin. Oh fuck, wenn jetzt grün kommt, Mate, okay. Ja, immerhin. Leute, wir haben schon das Doppelte, fast das Dreifache oder schon, glaube ich, das Dreifache ein Money zurückbekommen, Leute. Wir können uns hier gemütlich, also erstmal mache ich hier und gemütlich hier noch. Warte mal, wenn es fertig gerollt hat. Ich hoffe, es kommt grün mal oder schwarz. Und jetzt kommt wieder schwarz, Leute. Wir haben... Bin ich auf schwarz draufgegangen? Nein, ich bin nicht auf schwarz draufgegangen. Okay, natürlich. Okay. Also, was kann man hier im Markt eigentlich holen? Für 4 Euro auf jeden Fall schon mal einen ordentlichen Skin, würde ich sagen. Wir haben 4.600. Man kann doch sich schon einen schönen Phobus gönnen. Kann ich das eigentlich? Nee. 5 Dollar. Ihr könnt mir ja Geld spenden. Nee, Spaß. So, wir gehen jetzt halt wieder 100 Dollar drauf. Geht viel zu schnell. Natürlich. Wir belieben da rein. Roll schneller. Jetzt gehen wir noch 100 Dollar drauf. Leute, wir gehen jetzt Bruch. Wir gehen Bruch. Wir gehen Bruch. Erst ging es hoch, jetzt gehen wir runter. Oder... Naja, fuck damit. Es will nicht mehr, dass es weiter geht. Wie lange geht schon die Aufnahme? 7 Minuten. Wir machen noch ein paar Mal. Also. Lassen wir es mal rollen hier. Oder wir gehen mal wieder kurz zu schauen, was das gekommen wäre. Na gut. Will ich mir nicht anzeigen. Aber, der Train sieht doch eigentlich akzeptabel aus. Wir gehen mit 1000 Coins mal drauf. Wir haben mal das Money hier auf Cisco Hype. Oh, jetzt ist mir ein bisschen Risky. Ich glaube, wir müssen es unbedingt bei 2 raus oder so. Äh, ja, wie gesagt. Wir haben das Money hier auf der Seite. Ja, umgesponsert. Ich habe kein Geld drauf eingezahlt. Einfach so. Dank euren Raffles habe ich auch mal Geld zurückbekommen. Fand ich auch extrem nice eigentlich. Und ich hoffe mal, es geht über 2. Natürlich. Easy. Easy. 5 Euro auf unseren Nacken. Wenn wir jetzt 5 Euro deposen, haben wir 10 Euro. Und wir können uns eigentlich schon fast safe, ne? Vor und seit Misty-Ours zahlen. Aber was ich vielleicht eventuell auch machen werde. Ich wollte mal eventuell ein Giveaway machen. Irgendwie eine Au-Chameleon oder so. Ich bin aber noch nicht sicher, ob ich das irgendwann mal machen werde. Also Giveaways kommen auf jeden Fall mal. Also. Seid gespannt. Also immer aktiv sein. Abonnent sein. Und wir gehen dann. Äh, gehen. Also bei 1 gequasht. Hab Angst. Beim Reingehen. Gehen wir wieder auf Roulette. Da machen wir doch den meisten Profit, würde ich sagen. Da drauf. Und. Und wir gehen. Da rein. Wir gehen da rein, Leute. Wir gehen da rein. Wir gehen da rein. Und es kommt. Nein, Leute. Oh mein Gott, Alter. Wir beliefern hier drin. Wir gehen hier da. 200. Und 1000 Coins geben wir auf. Leute, wir machen richtig high. 1000 Coins geben wir auf Rot. Wenn jetzt kein Rot kommt. Ich bin absolut. Und jetzt kommt Rot. Jawohl, Leute. Wieder bei 5 Euro Back am Start hier. Aber wir müssen doch mal den kommen. Jetzt bin ich wieder drin. Also Verlust können wir eigentlich in dem Sinn nie machen. Aber das ist halt ein bisschen. Wir haben gewonnen, Leute. Ich dachte, das wäre mal schwarz. Und ich würde auch sagen. Wie lange ist die Aufnahme? Hoffentlich ist die nicht übelst rogue, die Aufnahme. Wie immer. Also. Falls euch das Video gefallen hat. Und ihr auch auf der Seite spielen wollt. Wie gesagt. Free Coins. Olympic. Einfach hier oben. Was geht da unten? Werbung. Einfach Olympic einlösen. Dann kriegt ihr, glaube ich. Ja, 100 Coins steht hier. Dann könnt ihr auch gemütlich spielen wie ich. Vielleicht könnt ihr auch 5 Euro hoch gambeln. Ich glaube, ich zahle da echt 5 Euro mal ein. Dann kann ich mir easy irgendwas Gescheites auszahlen. Aber mal schauen, ob ich es machen werde. Vielleicht mache ich auch noch ein paar Videos hier. Also wie gesagt. Wenn ihr genug Raffles habt. Dann werde ich vielleicht doch Sponsor. Und ich kann euch nicht Dragon Lore gewöhnen. Für jeden Einzelnen. Aber da sind wir noch weit entfernt. Also wie gesagt. Lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt mir in die Kommentare. Ob ihr mehr davon sehen wollt. Und dann würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.